Coaching ist die Begleitung des Coaching-Klienten bei dem Entwicklungsprozess. Wichtig dabei ist, dass der Coach nicht die Lösung vorgibt, sondern der Coach unterstützt den Klienten dabei, dass er selber die Lösung findet. So gesehen ist Coaching das Gegenteil von Training und Beratung, weil bei Training und Beratung weiß der Trainer oder der Berater, wie es geht und vermittelt Wissen. Beim Coaching ist es ganz anders. Da unterstützt der Coach, den Klienten eine Lösung selber zu finden.